Hallo, mein Name ist Kirsten Fuchs, ich bin Schriftstellerin und durfte das erste Mal das Praxisshop-Projekt begleiten. Mit dem GRIPS bin ich ja schon sehr lang verbunden, mit dem Schreiben auch, mit Workshop geben und mit dem Poetry Slam auch, das hat also schon mal sehr gut gepasst. Bei Workshops ist es sonst oft so, dass ich die Teilnehmenden zum Schreiben bringe und dann schreiben sie einen Text und dann sind sie irgendwie wieder weg und diesmal war das eine sehr schöne Erfahrung, diese Texte noch mal länger zu begleiten. Also im ersten Workshop ging es vor allen Dingen darum, Schreibimpulse zu geben und zu gucken, was kann man aus den eigenen Erfahrungen machen und dann habe ich länger über Humor versucht zu erzählen und im zweiten Workshop ging es dann darum, diese Texte zu überarbeiten, wie überhaupt das Überarbeiten funktioniert von Texten und das war eine sehr spannende Sache, finde ich und ich bin überhaupt sehr begeistert, wie das aufgenommen wurde, wie aufmerksam sie waren. Ich sag mal, ich wünsche ihnen genau solche Schüler. Also wenn das immer so wäre, würde ich auch Lehrerin werden. Fertig. Das war trainig. Ja. Haben sie auch enfant. Am Anfang-Tit und das? Vielen Dank.